Bei meinem Informatik 1 Laborprojekt handelt es sich um einen Antennentracker für das FPV-Fliegen. Dabei verwendet man eine Videobrille, um direkt mit dem Bild aus der Drohne zu fliegen. Um dabei die Reichweite zu erhöhen, wendet man eine Richtantenne, wie diese. Sie müssen immer auf den Sender zeigen, um das bestmögliche Bild zu gewährleisten. Wenn man nicht nur in eine Richtung fliegt, ist dies nicht immer der Fall. Um das Problem zu lösen, habe ich diesen Antennentracker entwickelt. Er empfängt mithilfe eines HC12-Funkmoduls Helmetriedaten wie Position und Höhe des Quattokopters. Dies verwendet der Tracker, um mithilfe von zwei Servos die Antennen immer richtig auszurichten. Mechanisch besteht das Projekt aus einem 180-Grad-Servo für die horizontale Ausrichtung und einem zweiten für die vertikale. Um dennoch 360-Grad abzudecken, wird an der Grenze des horizontalen Servos so umgeschwenkt. Es ist ein ISP32 zur Steuerung des Ganzen verbaut. Außerdem ein HC12-Funkmodul zum Empfang der Helmetriedaten und ein OLED-Display, um Statusinformationen anzuzeigen. Natürlich die beiden Servos und ein Touch-Sensor, um die Steuerung zu ermöglichen. Nun komme ich zum wichtigsten Teil, dem Code. Das Projekt besteht aus drei Bestandteilen. Der Hauptdatei, eine Datei, die sich um die Telemetrie kümmert und eine Datei, die sich um die Position kümmert. Zuerst zur Hauptdatei. Ich habe die Bibliotheken für das OLED-Display, den Servo und meine beiden eigenen Dateien eingebunden. Außerdem habe ich den Gefühl, den Touch-Sensor, den Servo und das Display definiert. Eine weitere Variable gibt es für den Test-Modus. Hier soll das einfache Simulieren mithilfe des WCs ermöglichen. Zudem gibt es noch zwei Funktionen. Eine, um verschiedene Daten auf dem Display auszugeben und eine für den Touch-Sensor. Sie soll erst nach einer längeren Berührung als aktiviert gelten. Dazu speichere ich die Position, wenn er gedrückt wird. Und erst, wenn 500 Millisekunden vergangen sind, wird ein True zurückgegeben. Im Setup wird zuerst das Display eingerichtet, die Servos eingestellt auf die ursprüngliche Position und eine serielle Verbindung geöffnet. Falls der Test-Modus nicht aktiviert ist, eine zweite zum Funk-Modul. Im Loop werden zuerst die Schleimitri-Daten ausgelesen und diese als Position des Quadrokopters gespeichert. Dann wird ein Vektor zum Quadrokopter berechnet, von der Startposition ausgehend. Und diese um die Ausrichtung des Trackers gedreht, um dies auszugleichen. Außerdem wird dann die Richtung des Vektors berechnet. Nun kommen wir zum komplizierten Teil, der Versignierung des Leerservos. Falls der Quadrokopter weniger als 20 Meter entfernt ist, passiert dies nicht. Falls der Quadrokopter weiter entfernt ist, wird zuerst die Position des vertikalen Servos mithilfe des Arcus-Tankens und aus der Höhe und Entfernung des Quadrokopters berechnet. Anschließend wird dieser Wert noch in das Gradmaß umgerechnet. Für die Horizontalausrichtung muss zwischen zwei Fällen unterschieden werden. Wenn sich das zu der folgende Objekt vor dem 180-Grad-Breitenfeld des Servos befindet, berechnet sich die Position aus der Richtung zum Quadrokopter und der ursprünglichen Ausrichtung des Servos. Dass sich Norden entweder bei 360 oder 0 Grad befinden kann, muss nach Modulo 360 gerechnet werden. Falls sich das zu folgende Objekt hinter dem Bereich des Servos befindet, ist die horizontale Ausrichtung 360 Grad minus die Richtung zum Quadrokopter und der ursprünglichen Ausrichtung. Da der vertikale Sensor nur nach hinten zeigt, muss dessen Wert invertiert werden. Anschließend werden die Servos noch nach den berechtigten Werten eingestellt und die Informationen auf dem Display ausgegeben. In der ltm.cpp-Datei, ltm steht für Lightware-Telemetrie-Protokoll, wird die Telemetrie ausgelesen. Der Code basiert vor allem da drauf. Ich habe nur eine kleine Änderung vorgenommen. Dies ist die Einfügung eines Testmodus. Falls diese aktiviert ist, wird von der Serien-Schnittstelle meine Daten, welche ich mit einem anderen Programm übergebe, ausgelesen. In der Position-Header-Datei habe ich zwei Structs definiert, einmal für Vektoren und einmal für Koordinaten und verschiedene Funktions-Prototypen definiert, welche ich in Position.cpp implementiere. Darin kommen drei einfache Funktionen zum Einsatz. Einmal Grad-Maß im Bogen-Maß, Bogen-Maß im Grad-Maß und das Invertieren der Werte für den Servo. Wobei einfach 180, der maximale Ausschlag des Servos, minus dem aktuellen Wert berechnet wird. Die restlichen Funktionen will ich in der Reihenfolge ihrer Verwendung durchgehen. Zuerst CalculateVector, wenn ich den Vektor zwischen der Home-Position und der des Radokopplers berechne. Dies mache ich mit der Funktion Distance between Angles. Da die Position in Breiten- und Längengraden angegeben ist, kann ich einfach den Winkel zu den beiden Koordinaten durch Abziehen berechnen. Mit dem Abstand zwischen einem ganzen Grad als zum Beispiel 49. und 50. Breitengrad multiplizieren. Für die Längengrade muss ich für diesen Abstand statt dem R-Durchmesser den Umfang auf dem entsprechenden Breitengrad verwenden. Die Funktion Direction berechnet die Richtung des Vektors. Dabei berechne ich den Winkel zu der x-Achse, welcher Norden darstellen soll. Dieser ist der Arcus Cosinus des Skalarprodukts, geteilt durch das Produkt der Länge der Vektoren. Da der Abschnitt immer im Uhrzeigersinn berechnet werden soll, muss falls der y-Wert negativ ist, 360 minus den berechneten Winkel zurückgegeben werden, um den richtigen Winkel anzugeben. Damit fehlt nur noch die Funktion Rotate Clockwise. Dabei wird einfach der Vektor mit der Rotationsmatrix multipliziert und zugegeben. Nun kommt die Demonstration mithilfe eines Python-Programms, welches ich zur Simulation geschrieben habe. Es erlaubt mir die Position und Höhe des Quadrokopters mithilfe der Pfeiltasten einzustellen und schickt diese Daten mit der seriellen Schnittstelle an den USB 32. Währenddessen sieht man auf dem Display die aktuellen Daten. Wenn man das Kabel berührt, geht es los. Aus zeitlichen Gründen befindet sich an dem Servo statt einer Antenne nur ein Bleistift. Die Funktionsweise ist dennoch ersichtlich. Bei dem Träger ist die aktuelle linke Seite die eigentliche Vorderseite. Daher ist das Heading 270 Grad eingestellt. Wie im Vergleich zum Simulationsprogramm ersichtlich ist, zeigt der Träger trotzdem immer in die richtige Richtung. Also, ich muss der Kräger auch schauen, dass wir Ihnen mit der Kräger verliehen könnten. Ich bin mit der Kräger aus der Kabel in die tenha probierten, und wir sind bei dem Ätherer zum Momentamis, Und das ist das Kabel, Ich versuche das ist das Kabel in der Kräger.